hier ist nichts weiter, hier ist der olle Schlauch hab ich hier noch was übersehen? ne, sehen wir auch nicht so aus was zeigt er mit dem, was ist das hier? Stuhlbein, Schlauch, Zweig, Schraubenschlüssel, Spitzhacke das ist das olle Viech das jongliert immer noch ach, guck mal hier, Schlauch ja, jo, Benzin füllen wir gleich mal hier in die olle Säge und mit der bin ich mir ziemlich sicher könnten wir jetzt einfach zu Doktopus und den einfach in Stücke sägen aber nein wir verschwenden das ganze Benzin hier für den Baum und wenn ein Baum stirbt ja nun komm, Alter, ey das ist nicht mal schön animiert, ja weil die ist einfach nur in die Länge gezogen worden gerade hier buh, auch ein Wolf ah, und da oben der arme Junge ist verängstigt ich muss den Wolf verjagen aber wie der Spiegel der Spiegel muss einer von Dr. Blackmore's Spielchen sei der scheint etwas vor dem Jungen Aua von dem Jungen an sich zu ziehen ja ein bisschen Seele was ist hier ne Haselnuss, geil äh, hier ist noch so ein Eichhörnchenviecher oder irgendwie sowas äh diese Äste sind trocken damit könnte ich den Wolf verjagen ja bloß gut hatten wir ja nicht gerade eben noch Benzin ja gut lassen wir den kleinen Jungen erstmal weiterhin in seiner Qual und seiner Pein da die olle Seele fressen und von dem Wolf terrorisieren geil, wir suchen hier weiter Schraubenzieher Handfeuerwaffe nice das Spiel scheint ja doch zu verstehen wie es geht Lupe Pilzhut da ist der Hut da ist die Lupe da ist die Handfeuerwaffe oh yeah hier ist ein Schmetterling Matroschka Feldflasche Kopfhörer Kopfhörer Feldflasche Matroschka Kleeblatt Tiger Pilz Tiger Kleeblatt Pilz wo ist der Pilz hier ist der Baum Pilz ich habe Lupe gefunden okay hier nimm deine Nuss ja gib mir meine Murmel alter komm auch mit meinen Murmeln zu spielen perversen Eichhörnchen Volk so klick und jetzt bewege die Kugeln in jeder Richtung so dass nur eine übrig bleibt wie dass nur eine übrig bleibt ah echt das war zu verdammt so die schieße dadurch die würde ich sagen runter hoch und zur Seite blub ab 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 und der letzte oh warte mal hier ist okay die geht nicht hoch also geht auch nicht da lang und da lang geht auch nicht bub ne kann ich die äh das war nicht clever Juröck so die grüne da nein äh grüne bub die dann bäm nein gelbe macht auch keinen Sinn die dahin dann geht es da wieder nicht weiter die blaue dann so einmal so 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 ah ok die dahin dann runter und die jetzt auf die grüne bingo Apfel ist der Apfel für den Igel tatsächlich oh danke eine Bärenklaue von keine Ahnung wahrscheinlich vielen na flupp na geil fehlt immer noch eine Lupe ach ist nicht dein Ernst ja hier wird ein bisschen viel wiederverwertet oder Hubschrauber Schmetterling Schneeflocke äh Schneeflocke der Brief ist fest verschlossen da werde ich ganz verdrossen der Brief ist fest verschlossen drum schneide ich ihn auf äh was haben wir hier vielleicht ist da ja etwas drin ach in dem Sparschwein dann haue ich mit dem Hammer Drop und finde eine Münze so jetzt aber Auto Blatt Schneeflocke erstmal Blatt was für ein Blatt ein Blatt Papier oder ein herkömmliches Blatt im Sinne von Blattwerk naja warum fingert hier eigentlich keiner mal die scheiß Cobra raus wie hat hier überhaupt wie hat das ganze Zeug in dem Ofen überlebt ach hier Blatt Sonne Rose hier ist die Rose hier ist die Sonne ok alles klar es geht hier also eindeutig um die ollen Wandgriffs Süßig Knei äh Süßig Kneit Knochen und Schwan da ist der Schwan Knochen naja komm Schädel hätte man gelten lassen können Knochen nehmen wir lieber den total großen total offensichtlichen hier Süßigkeit und Schmetterling hm war denn Süßigkeit ne rasierklinge ist auch kein süss damit zaubergt ich dir eine Süße Grinsen ins Gesicht müm 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 metafant und Süßigkeit Ui قjali Also, hier ist die Süßigkeit und der Schmetterling ist... Bam, hier am Rand. Alter, da habe ich überhaupt nicht hingeguckt. Da hätte ich jetzt mal ungefähr 6000 Millionen Stunden ran gesessen. Ungelogen. Knochen. Hier, komm, probt ihm den viermalen Finger. Verdammt. Er hat doch immer noch eine gelbe Kugel. Hä? So, kann ich den ollen Wolf nicht mit dem Knochen ablenken? Das ist doch ohne so ein Hund. Boah, wie blöd. Wo soll ich denn damit jetzt hin? Nein, war das hier? Achso. Das sind Flammendings. Können wir das irgendwie mit einer Lupe? Ah, ja. Ah. Was? Versucht, ein Flammenumriss in den Baumstamm zu brennen. Vielleicht sollte ich das ja vollenden. Oh. Fuck. Ja. Hier. Photoshop-Zeichenkunst. Level-Ultra-Floid. Das innere, das Baumstumpf brennt. Ja, klar. Und natürlich kann ich keine der Sachen, die ich hier mithabe, anzünden. Warum nicht? Nicht mal den Stock? Kann ich denn nicht mit Benzin tränken oder so? Nee, wie wahr, 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 wahr? Nein, nein. Warum nicht? Ah. Was gibt's denn hier noch? Hier gibt's offensichtlich erst mal gar nichts mehr. Hier auch nicht. Hier brennt nur immer noch der olle Baumstumpf. Ach so. Ah. Ah. Okay. Wenigstens ist der Leiter nichts passiert. Geil. Könnte noch nützlich sein, ja. Für was jetzt genau? Komm hier. Mach dir gar keine Sorgen um den Wolf. Komm schon. Komm einfach runter. Ah, das mach ich jetzt mit dem Kui, Alter. Ja, komm. Junge, bleib mal da noch ne Weile rum. Ist ja nicht so, dass du irgendwie eilig hättest, da runter zu kommen. Ja. Hier, was ist denn das hier zum Beispiel? Mit den roten, funkelnden Augen. Hier, hau da mal die Spitzhacke in das Loch, ey. Ach hier, Leiter. Bäbäm. Wofür nehmen wir die? Für die Tür? Nein. Für die Tür? Nein. Wieso nicht? Macht das jetzt für einen Sinn? Ja, dann doch für die. Hallo? Geh da mal hoch. Oh, nee, oder? Ich hab echt die Klaue da gesehen. Äh, übersehen. Die war da jetzt aber nicht schon die ganze Zeit. Ah. Ah, jetzt... Ich weiß genau, dass ich einen Stuhl brauche. Nee, kann ja gar nicht sein. Ich brauche etwas, worauf ich stehen kann. Etwas, worauf die Alde stehen kann. Oder auch der Alde. Ich hab überhaupt keinen blassen mit, was für einem Charakter wir eigentlich spielen. Puh, worauf könntest du jetzt stehen? Hier, genau, Baumstumpf. Supergeil. Schlepp das Ding mal mit. Ab, zurück. Hingestellt. Genau. Und jetzt die Glühbirne rein. Super. So, wie sieht's aus? Oh, ne Fackel. Ich bin ehrlich, ich hab jetzt mit dem Wimmelbild gerechnet. Äh, wer hätte sagt, nö, ich nicht. Das glaube ich nicht. Jetzt können wir den Wolf-Recher einheizen hier. Achtung. Und, ey. Ey. Wieso nicht? Ach so. Möp, 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 möp. Erstmal anzünden natürlich. Jarp. So, jetzt aber. Piss dich hier. Äh. 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 Okay. Hat funktioniert. Na, mein Kleiner. Wie heißt du? Äh, halt. Ah, geil, hat der kurz Beine. Äh. 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 Das sind jetzt also die berühmten Kindesängste. Oh man, ich hatte nie Angst vor Wölfen. Ne. Ich denke, Blackmarus sagte, sein Name war Tim. Vielleicht kannst du ihn auch schützen. Danke schön. Dann hau mal rein, Kiddo. Dieser böse Spiegel ist zerbrochen und der Junge ist gerettet. Welch eine Erleichterung. Ich bin mir allerdings sicher, dass das noch lange nicht vorbei ist. Oh je, willst du mich bedrohen? Was war denn das? Gut gemacht. Gefunden. Buch. Hm, da können wir nirgendwo weiter. Aber was wir auf jeden Fall machen können, glaube ich, halte mich hier sehr zurück. Ah ja. Setzen wir doch mal das nächste Buch ein. Ein Indianer. Indianer. Oh, Hüßigkeiten. Wow. Fiese, egelige Tentakelviech schon wieder. Ah. Er wartet wohl auf jemanden. Und zwar auf Action Man. Den größten Held in seiner Welt. Als Konditor versuchen. Male den Kuchen an. Angrenzende Felder dürfen nicht die gleiche Farbe haben. Ach du Scheiße. Und zwar auf jeden Fall.